Hau ab, du nichts nutzt! Für die Gesellschaft wäre es besser, du würdest auf der Straße krepieren! Du bist jetzt einer von den bewaffneten Detektiven. Detektive? Wir sind eine Truppe mit übernatürlichen Fähigkeiten. Wie ich gehört habe, ist auf dem Schwarzmarkt in der Untergrundwelt ein Kopfgeld in Höhe von 7 Milliarden Yen auf dich ausgesetzt. Den solltest du meinen. Den Menschentiger werden wir von der Hafenmafia noch irgendwann in die Finger bekommen. Hafenmafia? Eine kriminelle Organisation, die ihr Unwesen am Hafen treibt, tötet sie. Das bedeutet Krieg zwischen der Hafenmafia und den bewaffneten Detektiven. Es gibt niemanden, der sich uns widersetzt und der dabei überlebt hat. Ist es meine Schuld? Allein schon meine Existenz soll allen Unglück bringen? Geschwafel eines Schwächwegs. Das Böse auf dieser Welt wird nicht bestraft und gedeiht weiter. Es könnte möglicherweise zum Schlimmsten kommen. Das ist gar nicht gut. Das unter anderem ist für mich. Nein. Das ist gar nicht gut. Dies sind alle deren Gedichte hier nicht. Das ist gar nicht so. Das ist gar nicht so. Untertitelung des ZDF für funk, 2017